Cellulite ist eine Ansammlung von Stoffwechselschlacken im Bindegewebe. Stoffwechselschlacken sind Körpermüll. Alles, was der Körper nicht mehr verarbeiten und ausscheiden kann, kommt in eine dafür vorgesehene Deponie. Das Bindegewebe ist normalerweise unser Nährstoffdepot. Und wenn man da genug an Spurenelementen, Mineralstoffen und Vitaminen hinein transportiert, sieht es auch weniger aus wie ein alter Kaugummi, sondern eher wie ein Trampolin. Tierische Eiweiße, also Fleisch, Wurst, Fisch, Eier, Milch und Milchprodukte, aber auch ganz besonders Zucker, auch so ein dummes und hinterhältiges mieses Arschloch, werden im Bindegewebe zu Stoffwechselschlacken und verstopfen es. Die Verschlackung ihres Bindegewebes führt zu Übersäuerung, die Zellen sind nicht mehr mit Vitaminen und anderen schönen Dingen versorgt und wellen und dellen sich vor allem dort, wo unsere schönsten und aufnahmefähigsten Zellen sind. Bauch, Beine, Po und Arme. Vor allem die Bestandteile der Milch verschlacken. Sie werden sauer, Schwester. Ich habe viel Milch getrunken. Ohne ein Latte Macchiato konnte mein Tag nicht richtig beginnen. Joghurt und Käse haben zu mir gehört wie Marianne Rosenberg zu dem Namen an der Tür. Schon immer. Damals waren unsere Eltern noch viel unwissender als heute und so kam es natürlich, dass ich wie viele Frauen meiner Generation von Kindesbeinen an verschlackt und verstopft wurde. Und mich seit immer schon mit dem Kleinlaster und dem Kaugummi herumschlug. Seitdem ich nichts Tierisches mehr intus habe, jeden Morgen Sport mache, nicht mehr rauche und kaum mehr Alkohol trinke, sind die wunderbaren Bauch, Beine, Po-Dellen um 80% besser geworden. Und ich bin sehr viel schlanker. Ohne, dass ich hungern muss. Und das auch noch an den richtigen Stellen. Das Beste, was ich tun konnte, war, auf Fleisch- und Milcherzeugnisse zu verzichten. Für die Tiere und für mich. Nicht nur, dass ich viel besser aussehe. Ich schlafe besser. Ich bin nicht mehr müde.